Ja und wieder Hallo zu Let's Play Minecraft Jetzt geht's gleich wieder weiter Hallo? Hallo? Oh, jetzt! Jetzt, äh... Ach ja, wir hatten ja... Kann man auch ein bisschen schöner machen Ach, ich glaub, das ist auch nicht so ein Altar oder sowas bauen Das ist ein bisschen zu viel für ein Netter Portal Ja, jetzt fehlt auch noch ein Feuerzeug Ich hoffe, wir haben Eisen Oh Gott, die machen noch kurz verreckt Jetzt Ach, wenn wir jetzt kein Eisen mehr haben Äh... Eisen! Juhu! So Ich bin erstmal wieder Eimer hin Kies Ja... Feuerstein Und jetzt kann ich So rum oder andere rum, ich vergesse es immer So rum Juhu, wir können das Netter vertreten Hoffentlich wollen wir gleich bei einer Netterfestung So rum Und jetzt... ... ... ... ... ... ... Ich kann mir jetzt auch gut. Alter! Es ist laut. Die Uhr. Ja. Wir kommen in Nether. Quats! Komm mit. Stein abbauen, oder? Ah, ich hoffe, ich werde jetzt in den Lava fallen. Es wäre ziemlich ungeschickt. Hallo? 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 Da gibt es echt übel viel. Und es bringt auch noch kein Label, oder? Ja, viele Label. Daran werden wir keinen Mangel haben. Also, wenn es bei der 1.6 Plätze und Mods gibt, werde ich mir, glaube ich, den Minimap draufmachen, und können wir uns am Netter am Netter-Portal ein Waypoint setzen. Das wäre nicht schlecht. dein Perfekt. Sag mal, was angekommen ist, was er mit dem Lava turned so gut ist. Das wird mir nicht vorübergehört und nicht mal das war. Ich habe mal vorhin von mir. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich hab' mir gemacht. Hier bin ich lecker. Ich bin so gut. Die Situation wie das von mir ist. können wir jetzt nicht viel hier machen außer Nettler Quartz sammeln außer wir gucken nach den Koordinaten Xen um wie es 20 und hier ist kann man es sich merken GAS Alter Ah voll getroffen Prozent 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 Jahr Alter, die Viecher sind Nerven. Alter. Essen, essen, essen. 41er Quartz schon. Wir müssen noch seinen Überresten sehen. Ah. Ausnahmsweise nicht auf Lava gefragt. Ah. Ganz Paula. Schlimmstand den Isher, wenn die sich treffen und dann fliegt in Lava. Ist extrem ungeschickt. Ich werde die Kühe. Ja, Magma Cube. Ja, Magma Cube. Ich kann es Lederfestung Lederfestung er wurde sie in den Euro Euro fällt dann war auch dort geschädigt mehr das war es jetzt erst mal nach oben da ist es jetzt mal nicht aus und wieder zurück in die normale Welt ja ihr könnt mal wieder da kann man nicht auf der Expedition gehen ich bin mir nicht so sicher bei der Uhr aber es ist gar nicht nee jetzt ist der Tag oder was Quarz, 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 Quarz ja davon werden wir noch viel haben kommt super cooler jetzt es 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 Prozent Kampo oder der Ack war denn er hat Reck Prozent es kommt erschrocken auch hier hin es kommt zu werden und ich würde sagen die Diamant Spitzer gebrochen unbedingt was denn jetzt wird grad wie es aussieht kein Griefer gut es geht k ja hier ich 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 okay gut 8 8 20 wo auch hier hier die Zeit die 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 hier vor dem der mich doch Karte Alter k brennen k 8 8 die Klinik ist das nicht aber Klinik Beschläge nach oben vor wo ich den Krieg abgehängt nicht schlecht in so kurzer Zeit alles und immer mehr er ist ein was war da ach so die oder oder heißt eigentlich auf Quartoffeln oder so was kauft Naja. Alle langsam nerven die Kühe. Hä? Komm schon. Wie kommen die Kühe hier raus? Du verstehst nicht. Dann musst du ruhig nicht backen, dass die Kühe da rauskommen. Na gut, wenn sie erwachsen, dann kann ich sie ja töten. Ah! Nie auf Felder springen. Was ist da das jetzt? Ich habe mich nicht nachgefahren. Jetzt... So, Kora muss auch mal wieder... Zack. Plopp. Ah! Jetzt. So... Ja... Steaks kann man auch mal wieder braten. Äh... Ja... Vier Kohle reichen. Äh... Warum habe ich jetzt 5 Kohle? Ne, 5 Kohle. Ne, doch, wie rein? Hä? Ich kapiert jetzt, äh... Machen wir... Machen wir... Ja, wie viel Leder haben wir? 14. Das reicht. Durch 13. 4. Das reicht für 4. Von 15 Zauberzessen. Das wird noch lang dauern. Ähm... Das weizen kann mir da rein... Ja... Ja... Gehen wir so auf... Aber so langsam... Die... 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 Aus... Was wir noch machen... Müssen wir müssen noch auf... Die... 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 Was... Äh... Ah... Wir müssen ja noch... Töten... Stimmt... Wen... Das Yacht... Nein, ich... Komm prophecy... mal ist die... Feuphal! Joa? Davon brauchen wir nicht... 4 das ist nix mehr noch mann ruhig hoff jetzt auch er hat sich hier auf Pferde Prozent er kommt in die Haus und das ist schon geschehen raus ganz toll wirklich keine können Prozent unser Helm ist schon kaputt gegangen alles Problem ist ja nix wir haben alles außer das wo man Rüstung machen kann Juhu eine große Wiese warum ist die eigentlich keine Pferde generell keine Ziere eigentlich Pferde spawnen doch in der Wiese und ich mein die Wiese sollte doch jetzt groß genug sein das wenigstens ein Pferd spawnt ja ich habe jetzt kurz die Aufnahme gestoppt weil ich musste kurz was machen ja ich habe jetzt kurz die Aufnahme gestoppt weil ich musste kurz was machen ja Mann aber warum gibt es hier keine Pferde aber eine riesen Schlucht wenn da eine verlassenen Miene ist gehen wir rein oder dann schleichen was so eine große Schlucht aber kein ehrlich keiner verlassenen Miner Schaue ein jetzt Kripo und garst der 1 6 Prozent Prozent wir wollen wir da auch ein und was auch nicht ganz wichtig ist gut wir können uns da reingraben ja Netzprobleme aber hier geht so naja so ruckartig runter so wäre sehr unwahrscheinlich für das hier unten ach ich mach mal so 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 ja das war es auch ganz schlau hier ohne Fackeln hinzugehen aber warum ist das schattig jetzt so 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 so